Ja, herzlich willkommen hier auf der Präsentation für Ferienwohnungen und Apartments. Sie suchen nach einer Lösung, eine professionelle und qualitative hochwertige Lösung für Ihre Ferienwohnung zu präsentieren. Da sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen jetzt einfach mal eine Möglichkeit, wie Sie am besten Ihre Ferienwohnung mit ein paar Mitteln darstellen können. Dazu benutzen wir sogenannte Panoramafotos. Für jeden Raum haben wir ein Foto angelegt. Da kann der Kunde also durchklicken. Hier oben ist eine Mapkarte. Das ist der Grundriss dieser Wohnung. Für jede Wohnung gibt es ein Raumämlichkeiten und ein roter Punkt. Die Punkte sind die Radars. Sie sehen zum Beispiel, ich klicke jetzt mal hier auf einen anderen Punkt und schon wechselt das Bild und der Kunde befindet sich in diesem Raum. Sie sehen zum Beispiel, ich drehe den Raum hier mit dem Cursor und das Radar hier auf der Seite dreht sich auch mit. Genauso kann ich es auch umgekehrt machen. Ich könnte den Radar nehmen und den Radar drehen und dann würde sich auch das Bild drehen. Das Gute ist natürlich, dass der Kunde immer die Möglichkeit hat, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt mal darauf, in diese Räumlichkeiten und sieht immer sofort, wo er sich befindet. Er kann das durchscrollen und sich genau anschauen. Nun ist folgendes, nun sieht er hier immer irgendwelche Hotspots. Das sind Pfeile. Da signalisiert man ihn, also da kann man auch nochmal lang gehen und schon wechselt der Radar in eine andere Ansicht. Hier bin ich eben in eine andere Räumlichkeit gelangen. Hier ist eine Tür und da ist wieder ein Hotspot. Ich kann jetzt geradeaus oder nach links gehen. Ich gehe mal nach links, schon bin ich in eine andere Räumlichkeit. Ich bin jetzt im Schlafzimmer und Sie sehen, da bin ich drin und kann also von oben bis unten das komplette Ding durchscannen. Dann gehe ich mal ins Bad rein. Das ist immer auch interessant für die Kunden, damit sie genau das Bad sehen. Auch da ist es wichtig. Da können Sie sehen, wie sauber es ist. Und das ist natürlich sehr qualitiv. Sie können hoch und runter scrollen. Und Sie haben die Möglichkeit natürlich wieder rechts oder geradeaus zu gehen. Ich gehe jetzt mal rechts. Ja, und so hat der Kunde die Möglichkeit, durch die ganze Ferienwohnung oder durch das Apartment zu scrollen. Das Vorteil ist noch, dass man für jeden separaten Raum eine eigene Audi-Datei anlegen kann. Das heißt, wir können eine kleine Beschreibung oder eine Musik zu dieser Räumlichkeit geben. Immer wenn man dort draufklickt, kommt die Musik oder die Räumlichkeit ohne quasi die Ansage als MP3-Datei, die man dementsprechend vorgefertigt hat. Der Kunde kommt nicht angeblich mit dem Menü zurecht. Das ist auch kein Problem. Der geht erstmal hier auf Fragezeichen. Und hier hat er eindeutig schon alle seine Anweise, was er hier navigieren kann. Wir haben die Möglichkeit, separat für jede Räumlichkeit oben noch einen Informations-Input zu geben. Damit er genau sieht, wie das vor sich geht. Ja, und wenn wir diese Sachen noch interessanter machen können, haben wir jetzt die Möglichkeit, hier steht zum Beispiel in diesem Raum ein PC. Wir können für diesen PC hier einen Hotspot drauflegen. Und geht der Kunde darauf, kommt eine Information, entweder kommt ein Video oder eine MP3-Datei ohne eine kleine Grafik, dass hier ein Internet besteht. Das ist für den Kunden natürlich auch sehr wichtig, dass er, wenn er kleine Qualifizierungen, also kleine Feinheiten findet im Restaurant oder im Hotel oder sonstiges, dass er also quasi anticken kann. Und dann, aha, hier befindet sich noch ein Internetanschluss. Ja, und somit lässt sich also eine hochwertige Präsentation für Ihre Ferienwohnung gestalten. Dankeschön. Dankeschön. Danke.